Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. So, die ersten zwei, ja, Spiele in dieser Saison haben wir irgendwie grandios angebaut. Naja, hilft ja nicht. Heute ist Serie A dran, wir versuchen unser Bestes. Ich so einen Gegner, ihr seht den Schnitt, bis gleich. So, der Gegner für heute wurde uns zugewiesen und ja, da versuchen wir natürlich, was geht. Ja, Wechsel, komm. Danke. Nein. Nein, ich bleib so. Nimm du deine schwulen rosa Trikots, ich will meine roten. Danke. So, ein, ja, echt geiles englisches Team. Muss man echt mal so zugeben. Das ist, ja, sieht nice aus, sieht echt nice aus. Mal gucken, was so gehen kann. Und ja, gucken wir mal. So, Anstoß hat mein Gegner. Da versuchen wir natürlich wieder, sobald es geht, an den Ball zu kommen. Und nope, komm schon. So, ran da. So, sauber. Schön angenommen. So, Kudrado läuft hier draußen auch. Jo, läuft da. Na, schade. Kudrado kann hier nicht reinziehen. Probieren kann man es ja mal. Na, so, ran an den Feind. Komm schon. Sauberst. Ah, shit. Da verlieren wir den Ball instant wieder. So, Kudrado läuft hier draußen. Gut. Ah, schade. Ecke. Ecke. Ecke haben wir aber draus schinden können. Die Baller darf treten. Ecke kommt. Zu nah an den Torwart. Schlicht und ergreifend. Alter. Foulspiel. Okay, nehmen wir auch gerne mit. So, ungefähr. Komm schon. Ah, schade. Kommen wir nicht hin zum Kopfball. Aber ein paar Verteidiger zwischen. So, aufpassen. Sauber. So. Ah, come on. So, da sind wir nochmal zwischen. Und jetzt aufbauen. Na, lag. Ach nö, komm schon. Danke. Na, dann verspringt er ihm. Mann, Insignie. Kopfballduell. Nein, gewinnen wir nicht. Er mit einem Distanzschuss, der sogar gefährlich wird. Und Pirin muss sich da schon mal bemühen. Hier von Rooney. Beschwer dich nicht lang bei deinen Vordermännern. Das war ein Distanzschuss. Da kann man selten was machen gegen. So, Pirin ist schon wieder auf dem Damm. Ball haben wir auch mitbekommen. Na, die Baller kriegt den nicht. So, Kudradu muss ihr aushelfen. Tut's auch. Wunderbärchen. Ach, come on. Weg damit. Ganz gediegen. Ah, shit. Haben wir keinen Platz mehr. Und wenn wir keinen Platz mehr haben, müssen wir nochmal zurück hier. Ah, shit. Hätte ich auch mitnehmen können. Den Ball. Storage. Storage. Läuft hier. Ah, Pirin hat den. Nicht. Mensch. Fall halt schneller. 1-0 für meinen Gegner. Echt bitter gerade, was hier abläuft. Mann, hat er gut gemacht. So, weg mit der Scheiß-Einblendung. Oh, fuck. Wieso will ich so offensiv nach vorne? So, die Bräune können wir nicht stören. Und jetzt, auf geht's, Leute. Vorwärtsgang einschalten und ab dafür. Mann, und der ist so unkontrolliert, Leute. Was macht ihr denn? V-Spiel von mir. Ja, ist klar. Ist klar, Leute. So, den macht er weit. Da kommen wir irgendwie mal zwischen. So, wo ist hier Raum für Entfaltung? Nirgends. So, da sind wir zwischengegrätscht. Kann er nicht in Pass spielen. Ist schon mal gut. Ah, komm. Nimm den halt an. Sauber. Oh, schön durch die Mitte. Die Baller. Ah, wird hier abgedrängt. Mit was für einem Bodycheck. Ach, komm. Dann willst du ja gleich nicht mehr. Ei, ei, ei. So. Kann man irgendwie zwischen. Nope. Schöner Schuss von meinem Gegner. So, ich gehe gleich mal in die Offensive. So ein bisschen. So, komm schon. Oh, schön hier nochmal rübergegeben. Ah, komm. Und dann kommt von hinten einer. Und klaut mir hier den Ball. Foulspiel. Ach, komm. Wo hätte denn ich jetzt bitte einen Foul gemacht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Schöne Grätsche. Ah, komm. Dann ist der Verteidiger da dazwischen. FIFA will mich leiden sehen. Die Baller mit der Ecke. Ecke kommt. Putzt es drin. 1-1-Ausgleich. Wunderschön eingeköpft hier. Passt. Es geht doch nichts über ein bisschen Offensive. Und so bleiben wir dran. So, dranbleiben. Nicht hier nochmal eins kassieren. Eher mit der verkackten Flanke. Die kam nicht gut. Mein Glück. So, Pirin. Weiter Ball. Ah, shit. Komm ich wieder nicht zwischen. Aber Storridge haben wir den Ball trotzdem abgenommen. Pucerado. Kriegt den hier schön. Ah, come on. So, hier hoch damit. Fuck off. Oh, komm mal hin. Ah, ja. Ah, ja. Irgendwie. Flanke kommt. Ah, die war schlecht. Ah, shit. Da wollte ich nicht instant abziehen. Da kommt dann die Bräune um die Ecke und klaut mir den Ball. Ja. 1-1. Wir müssen ein bisschen aufdrehen noch in der zweiten Hälfte, um noch ein Tor zu schießen. Ja, und mein Gegner muss das auch, um den Sieg hier zu bekommen. So, erstmal gemütlich hier alle schon mal zusammenpassen. Ah. Da stand da noch arg kompakt hinten. Oder in der Mitte. Da ging da nix. Und jetzt kommt er hier mit Wolkot. Pirin. Ah, im Nachgreifen. Oh, einen schönen weiten Ball, bitte. Ah, shit. Er kommt mit dem langen Pass. Aber da sind wir zwischen. So. So, Kudrado auf keine Ahnung wen. Ah, shit. Da steht er gut hinten. Passt hier gerade mal auf. Ah, shit. So, weg damit. Schön weitergeleitet. Oh, shit. Den wollte ich eigentlich so nicht. Aber naja. Kommt mir mal vor. Weiter Ball. Es geht nach. Den haben wir abgefangen. So ein bisschen zumindest. So, den haben wir. Insignia. Boah, Ballverlust. Aber V-Spiel vom Gegner. Alter, V-Spiel. Elfmeter. Mit Rot. Alter. So. So. Ah, da kriege ich den Ball und werde dann umgehauen. Okay. Der Baller darf treten. Putzt. Der ist drin. 2-1. Die Führung. Und er hat eine kleine Lüge. Im Spiel. Im Spiel. Aufpassen, Leute. Oh, shit. Oh. Nein. Der Ausgleich. Instant. Mit Rooney. Wie hat er den denn reingedrückt? Der war schon sehr kurios, der Ball. Naja. Dann macht er mir hier instant den Ausgleich. Mit einem Mann weniger. Naja. Egal. Wir können den Druck nochmal ansetzen. Komm, Codrado. Den hat er. Flanke kommt auch. Ah, shit. Ah, Schussversuch. Mehr war das nicht. Storage. Ah, Foulspiel. Sehr blöd gelaufen. So. Er lässt sich Zeit. Er will den ordentlichen Freistoß. Darf er ruhig haben. So. Er macht einen weiten Ball. Den hat Perrin. So. Der kommt schön zu Codrado. Und dann mache ich den Fehlpass instant. Oh. Der ist schön an der Linie entlang. Hier schön in die Mitte geben. Ah, setzt sich durch. Mensch. Setzen wir uns da nicht in der Mitte durch. So. Storage. So. Ein Wurf für uns. Nehmen wir gerne mit. Oh, shit. Wo ging denn der hin, bitte? Und der. So. Rooney läuft durch. Weg damit. So. Weg damit. Schön zu Philippe. Ecke. Oh, come on. Er hat vorher gesehen, was ich mache. Ecke. 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 Ecke kommt. Aber nicht. Aber nicht. Das Duell. Das Duell. Der behindert uns gegenseitig. Die Bräune ist mit von der Partie. Weiter Schuss. Der geht vorbei. Okay. Komm, Pirin. So. Weiter Ball. Vielen Dank. Schön dazwischen. Ah, come on. So. So. Zurück, Leute. Kein Faulspiel. Hart am Wundern. Oh, schön zu Kudrado. Nein. Der geht drüber. Das gibt's nicht. Ei, ei, ei. Wir haben die Chancen. Wir machen sie nur nicht. Das ist mein Problem gerade. Dybala. Verliert den Ball. Sehr bitter. Schöner Doppelpass von meinem Gegner. Da ist die Lücke. Für Rooney. Oh, da kommt man schön zwischen. Ecke für den Gegner. Alter. Was für ein Ding. So. Und jetzt Vollgas, Leute. Schön. Aha. Nein. Nein, an die Latte. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. So ein geiler Konter. Und dann sowas. Eiei, ei, ei, ei. So, komm schon. Schön dazwischen. Und auf nach vorne nochmal. Ah, come on. So, mein Gegner nochmal. Ja, versuch. Schön dazwischen. So, er kommt da dazwischen. 2-2 unentschieden. Mensch. Aber zumindest ist schon mal ein Punkt eingefahren. Ich hätte das Instant-Tor irgendwie verhindern müssen. Aber das ist immer ein bisschen tricky. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut morgen auch wieder rein. Und bis dahin. Ciao.